Nächste Frage, da muss ich das hier anlegen. Wie geht eigentlich schnell warten vom Wartschnell? Die Seefahrer haben zu ihrem Geliebten an Land gesagt, ich komme ja gerade wieder, also Wartschnell. Und dann mussten sie zurück auf das Schiff und Pferd. Wartschnell, ich komme dann wieder. Und ein Jahr später sind sie dann wieder gekommen und dann haben sie immer noch gewartet. Die Recruitenschule erlebte, da haben sie zu mir gesagt, schlappe ich mit der Kochkiste, da bin ich gestanden. Wartschnell! Also ich war bei den Velofahrern, mit dem Anhänger und so. Und dann haben sie gesagt, einfach Wartschnell. Es konnte dann nachher jemanden abholen. Dann habe ich auch gelernt, Wartschnell. Also ich bin dort die ganze Nacht da gehockt, bis am anderen Morgen, haben sie dann gemerkt, dass einer fehlt. Und dann sind sie mich dort suchen. Genau, also auch Wartschnell.